servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja ich heiße euch willkommen zum heutigen weihnachts und adventskalender video und heute gucken wir uns mal das mediabook zu mir da etwas genauer an welches ich mir auf den german comic-con 2019 im dezember in dortmund gekauft habe und das cover ist schon richtig nice film hatte ich schon mal gesehen fand ich jetzt so lala aber ich habe mir gedacht kommt gibt den ganzen noch mal eine chance und wenn es dir wirklich nicht dann kannst du das mediabook ja immer noch verkaufen meine lieben freunde dann würde ich sagen wechseln wir jetzt in die ego perspektive gucken uns dieses schicke teil an und danach öffnen wir selbstverständlich noch das heutige adventskalender türchen hier haben wir dann nie dark wie wir sehen können ist das ganze noch ovp und hier auf der schutzfolie haben wir den fsk sticker so muss das sein so wollen wir das und dann gehen wir mit dem zahnstocher wieder ganz vorsichtig hier rein entfernen diese folie ach das geht doch runter wie öl so bestens legen wir es mal hin wir haben ein richtig hoch glänzendes mediabook ja dadurch kommt natürlich das artwork hier vorne drauf noch besser zur geltung guckt euch an spiegelt natürlich jetzt wirklich sehr aber der druck ist dadurch also der kommt natürlich schärfer rüber das ist logisch das ist wie mit den fotos wenn wir uns das ausdrucken am automaten und wir werden hochglanz bei den fotos dann sieht das alles schärfer aus als auf einen matten papier und so ist das auch hier allerdings natürlich anfällig gegenüber finger abdrücke und passt sehr gut ich war ja mit dem hier kann ich euch noch kurz zeigen das liegt jetzt hier gleich neben dran deswegen können wir uns anschauen nicht so zufrieden das ist jetzt nicht so toll vom druck her muss man ganz klar sagen die unendliche geschichte ich verlinke euch noch mal das unboxing oder ihr guckt auf meinem kanal da ist das hier schon wesentlich schärfer und natürlich auch farbenfroher ihr wisst es ich stehe auf dieses neo design wir haben dann hier eben den buch rücken so sieht das ganze aus die logos hier auf der unterseite und hier haben wir dann die rückseite leider keine fotos oder sonstiges mit drauf relativ schlicht gehalten komme ich immer näher 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 so inhaltsangabe und weitere technischen daten extras blu rays und dvd so sehr schön und hier unten haben wir dann noch sagen wir noch mal schnell die limitierungsnummer drauf limitiert ist das ganze auf 500 exemplare so meine lieben freunde dann schlagen wir mal auf okay hier haben wir eine coole disk die sieht auf jeden fall geil aus genauso wie das frontmotiv schaut spitze aus dann gucken wir uns einmal das booklet an hier schön scharfer druck es ist nicht wirklich hochglänzend aber auch nicht matt es ist so eine art mittel ding keine ahnung matt glänzend gibt es das auch neue erfindung bei cinema mit matt glänzend ach du heiligsblechle hätte junge mal was gelernt in der schule was vernünftiges hier haben wir noch ein paar bilder bisschen unscharf muss man sagen kleineren sind natürlich dann auch wieder schärfer viel text dem einen gefällt den anderen nicht mir gefällt es wisst ihr fetische james cameron krieg et cetera also sehr interessant und hier hinten noch ein schönes gruppenfoto zum abschluss hier haben wir dann die restlichen discs okay das ist jetzt wieder so eingeklemmt meine lieblings halterung habe ich jetzt gar nicht gesehen dass die so drin sind wie kriege ich jetzt das hier raus so genau und hier ist bonus material irgendwie sind alle das gleich gehalten wie wir sehen konnten allerdings von der druckqualität das hier definitiv heller das dunkler kann man da glaube ich auch ganz gut erkennen sehr komisch und hier unten runter haben wir wieder ganz leicht noch einen innenrock ich mache jetzt die disc nicht rein weil sonst bricht mir wieder was ab hier live vor der kamera jo das war also das unboxing zu near dark im media book so meine lieben filmfreunde das war dann also das unboxing zu near dark im media book richtig schönes teil und jetzt öffnen wir natürlich das heutige türchen von unserem lego harry potter adventskalender und heute ist freitag der 13. und deswegen machen wir auch türchen nummer 13 auf ich bin gespannt jo sieht nach einem fähnchen aus heute hatten wir mal wieder ein kleines pechsträhnchen und hinter dem heutigen türchen befand sich ein fähnchen jetzt weiß ich aber auch warum denn es gibt von jedem haus ein fähnchen haha deshalb so viele so meine lieben filmfreunde das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen video das unboxing zum media book von near dark sowie das öffnen des heutigen ja türchen des lego harry potter adventskalender ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gebt dem video bitte einen daumen nach oben abonniert den kanal und aktiviert die glocke um kein weiteres video mehr zu verpassen und ich verquatsche mich jetzt hier zwar ein bisschen beim abschluss aber egal morgen machen wir es dafür besser ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet bis dahin danke fürs zugucken und servus bis jetzt den top bist Vielen Dank.